Auf diesem Ausschnitt fällt zuerst einmal der flotte Jüngling links auf, mit seiner sehr modischen Bekleidung, durch die er sein durchaus kesses Bein zeigt. Das ist eine Figur, die in dieser Form sehr stark an vergleichbare Gestalten aus der italienischen Renaissance erinnert. Welchen Heiligen er darstellt, ist schwer zu sagen. Vielleicht Johannes, den Lieblingssünger Jesu, aber es gibt keine weiteren Attribute, durch die man ihn besser identifizieren könnte. Vor ihm allerdings drei prominente Heilige. Rechts der Mann mit den weißen Haaren, dem länglichen Gesicht und dem gelbgezagten Kragen ist vermutlich der Apostel Paulus, der in der ausgestreckten Hand ein Buch hält. Hinter ihm, in kastanienbrauner Kutte, sitzt vermutlich Franz von Assisi, denn man erkennt an der Farbe der Kutte, dem Haarkranz der Tonsur und dem Kreuz, das er in Händen hält. Ein sehr markantes Attribut, das für diesen beliebten Heiligen spricht. Links von ihm sitzt vermutlich sein weibliches Pendant als italienische Nationalheilige, Katharina von Siena, eine Dominikanerin, wie man hier auch am Habit erkennen kann. Sie war im Spätmittelalter eine wirklich starke Frau, die auch den Päpsten die Leviten gelesen hat. was bei der Ausgabe des Haaren selbstverständlich ist, wenn wir anfangen, was das hier niemals macht. Vielen Dank.